Hallo und herzlich willkommen Leute, hier ist CROFT und ich herzlich herzlich willkommen zu CROFTED ARMED BACHO. Okay, auch dieses Mal gibt es irgendwie nicht ganz so viel zu erzählen, aber ich nehme es euch sehr übel, dass ich wegen euch und dieser Folge jetzt ein T-Shirt anziehen muss, weil es ist ziemlich warm draußen. Also sehr, sehr warm. Ganz viele Celsiusse. Warm. Ansonsten News-Technisch gibt es eigentlich nicht ganz so viel zu erzählen. Ich werde diesen Freitag wieder von 20 bis open-endig einen Talkabend im TS machen. Da könnt ihr wieder im TS kommen, dann labern wir eine Runde, weil wir alle keine Hobbys haben. Freitagabend. Und sonst habe ich mir gedacht, ich werde mal wieder ein Q&A machen. Das heißt, ihr könnt mir unten einfach Fragen stellen und dann werde ich sie in einem Video in nächster Zeit alle beantworten. Und noch dazu ein paar Leute hatten gefragt, ob ich die Corrupted Mod für SCP-Content Breach rausgeben wollte. Sie ist hier unten in der Beschreibung drin, in dieser Mod. Das ist eine verbesserte Alpha-Version von der letzten Version. Da ist jetzt viel mehr Content drin, die habe ich sogar noch nicht im Let's Played. Das heißt, wenn ihr Bock habt, die zu Let's Playen, macht es gerne. Die ist hier unten, ihr könnt spielen. Das wäre ein bisschen verstörend, wenn ich euch persönlich zum Schreien bringen würde. Und dann noch eine sehr kleine Ankündigung. Ich werde wahrscheinlich ab jetzt die Channel der Woche immer vor ein anderes Video schneiden, was ich am Donnerstag hochlasse. Das heißt, ab jetzt wird Donnerstag theoretisch ein Video mehr kommen, aber zwei in einem gemischt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich werde das, glaube ich, am Mittwoch vor einem anderen Video davor schneiden, damit auch mehr Leute den Channel der Woche direkt gucken und damit diese Person dann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, die Channel der Woche gewonnen hat. Und noch dazu, weil es momentan so schnell geht, habe ich es ein bisschen verpasst. Aber vielen, vielen, vielen Dank für 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 Abonnenten und fast die 1.700. Vielen Dank, ich finde es super geil, dass ich heute einen so guten Support bekomme. Und als 1.500 Special hatte ich was geplant, was jetzt theoretisch wahrscheinlich möglicherweise morgen hochgeladen werden, sein wird, tun. Und das ist ein sehr langes Video. Das ist ein komplettes Spiel in einem Video, ein sehr langes Spiel. Und wer das zu Ende guckt, der hat swag. Okay, das war es eigentlich schon mit Corrupted am Mittwoch und wir werden uns dann morgen wiedersehen, wenn ich Videos hochlade und ihr die guckt, wie immer, täglich grüßes Moment her. Und so. Also, bis alle, der Corrupted. Bye, bye.